Samstag, kurz vor dem Tag der Arbeit, aber wir arbeiten natürlich schon, wir sind unterwegs, Tavsdorf ab 23 Uhr, wir haben mega viel Zeug zu tun. Hier, so was kriegt ihr nicht überall. Wir haben, wir haben Exklusi-, ach, seht ihr das? So was ist, das ist fast ein Unikat. Ein Ticket, ein exklusives Ticket fürs Rock Hard Festival. Wir haben genau zwei davon. Zwei Tickets, die kriegt ihr dann so zugesandt, das sind eure VIP-Tickets, die ihr bei uns gewählt habt. Danke, das ist mein Acht. Also mit diesen echten Originalen, einfach dieses Ding nehmen und vorzeigen am Einlass. Und sagen, ich habe bei Rock and Henny gewonnen. Ja, lasst mich rein, ihr Flachflöten. Ja, ich darf hier VIP sein. Ich bohrs ihr nix, okay? Jetzt habe ich falsch schon gemacht. Ich bohrs ihr nix, okay? Die gibt es auf alle Fälle zugeben, mit den Tickets fürs Rock Hard Festival und wir haben eine exklusive Radiopremiere und zwar von einem Song, da ziehst du die Schuhe weg, so gut ist der. Wir reden nämlich über die neue Single von Katatonia. Aber da muss man eigentlich anders schauen, Tom. Wie? Was? Wie? Katatonia. Nee, aber das ist gut. Das ist einfach so geil. Katatonia ist einfach so eine geile Bär. Es ist der Wahnsinn. Also, ihr werdet jetzt hören und sehen und zwar am Samstag, 23 Uhr, wie gewohnt, tough stuff auf Rock Antenne. Yeah! Bang on Kids!